Heyo Leute, Krymax hier, was geht ab, ihr Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, wir sind heute mal wieder hier auf Paul Berger RP unterwegs, den besten deutschen GTA-Store von Stani, iKrymax und Candy, Leute, und diesmal wieder ist ein richtig krasses Update gekommen, Leute, wir warten ja auch gerade schon auf Candy, der müsste jetzt eigentlich hier auch gleich mal kommen, wir haben hier nämlich richtig krasse neue Klamotten uns nämlich schon gekauft und chillen hier mit unserem Lambo und, äh? Hey Stani, verbreite nachts und strecken, yo, was geht, Max? Candy, was hast du denn für ein Bummi-Auto? Ja, geil, oder? Bam! Hey, dein Auto ist ja überhaupt nicht krass. Bro, mach mal schnell ein Foto von mir für Instagram, das sieht gerade richtig, das sieht richtig fresh aus mit dem Hintergrund, mit dem Backdrop und alles, mach schnell ein Foto. Ja, gut, gut, ey Leute, du hast Müllcontainer im Hintergrund und chillst von einer Gammelkiste. Na gut, okay. Bro, ich hab mein ganzes Geld für meine Klamotten ausgegeben, aber check mal die Uhr, Bro, check mal meine Frist. Was? Sag mal, was hast du denn? Oha, du hast eine Iced-Out-Cardier Santos, Alter. Natürlich. Aber meinst du, Candy, das ist so schlau, sein ganzes Geld für seine Klamotten auszugeben? Hä, ich fahr jetzt bei dir doch mit, ist doch egal. Ja, okay. Aber Leute, hier bei Paulberger IP gibt's auf jeden Fall richtig krass neue Kleidung, ihr seht, wir haben hier Dior-Hemd, Iced-Out-Ringe, Iced-Out-Kette, richtig krasse Sachen, Chrome-Hards, Jeans, dies, das. Ey, aber Candy, diese Woche... Bitte, was geht? Ich drehe jetzt eine Runde mit meinem Lambo. Was geht? Ich werde hier die ein oder andere Story noch machen. Ciao. Ey, du bist voll der Poser, Alter. Das ist gar nicht dein Lambo, das ist mein Lambo. Max, was haben wir vor heute? Ich hab gehört... Ich dropp dir erstmal, ich schick dir erstmal das Bild per Air-Drop, dann kannst du es mal auf Instagram posten, okay? Äh, ja, können wir so machen. Warte, ich muss mein Handy eben rausholen. Zack, Insta-Pick, nee, wo kann ich dir, kann man das hier nicht Air-Dropen oder was? Bro, in der Galerie, hä? Ah, hier, so, zack, Candy, Air-Drop geschickt. Bro, wenn du das jetzt nicht auf Insta postest... Bro, ich hab das gar nicht bekommen. Ich hab Flugmodus an, weil ich schick... Oh, Digga. Nochmal, jetzt nochmal, jetzt nochmal, jetzt nochmal. Leute, so, einmal mit Profis arbeiten, Candy, Air-Drop. Hast du jetzt bekommen? Ja, er hat angenommen, sehr gut. Willst du was? Komm, ich hau hier auch noch kurz eins raus. Ich hau jetzt hier auch noch kurz ein Bild raus. Max, wir haben heute einiges vor, das weißt du, ne? Ja, ich weiß, dass... Warte mal, ich muss hier meinen Lambo richtig drauf kriegen. Ich weiß, dass wir heute einiges vorhaben, denn, Leute, es ist ein richtig krasser, neuer Spielmodus hier auch rausgekommen. Den könnt ihr auf jeden Fall auch zocken. Dazu kommen wir aber gleich. Erst muss ich hier ein krasses Flex-Bild raushauen. Mit meiner neuen Dior-Jacke, meiner neuen Cap. Bro, ich hab auch ein neues Flex-Bild rausgehauen. Guck dir das gleich mal an. Bro, oh mein Gott, Candy, geh mal bitte aus dem Bild raus. Äh, äh, ja, ja. Ey, 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 geh weg. Ja, ich bin noch weg. Oh, Leute, das ist ein krasses Bild. Ach du, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, checkt das auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account aus, hier bei Paul Berger. So, wir gehen hier auf Insta-Pick. Hä, was, hier gibt's einen Benutzernamen? Hier muss man sich anmelden. Ja, Bro, ich weiß mein Passwort doch hier nicht mehr. Als ob du dein Passwort nicht mehr weißt. Hä? Warte. Ey, Max. Nein. Ey, Max. Ey, warte, gibt's... Nein. Ey, Bro, ich komm hier nicht mehr rein. Ey, wurde dein Account gehackt, Max? Oder mein Account wurde gehackt. Er hat hier gepostet. Ja, perfekt, Leute, ich komm nicht mehr... Ach, Mann, Digga, ich komm nicht mehr in meinen Insta-Account rein. Jo, was geht bei dir? Max, das ist der Hacker, von dem ich dir erzählt habe. Der wird jetzt sein Passwort zurücksetzen. Wie, du hast mein Passwort gehackt? Ja, ja, das ist der Hacker. Bist du ein Hacker oder was? Nein. Ey, gib es zu, Junge! Alter, was hast denn du für eine Waffe, Candy? Oh, das ist eine legendäre. Die gibst du noch einmal. Alter. Ich bin neu, tut mir leid. Alles gut, kein Problem. Ey, Neuer, wie heißt du? Jetzt gib ihm sein Passwort zurück. Ich hab gar nichts, Alter. Wie, du hast nichts? Wir versuchen dann weiter die Passwörter. Max, jetzt lock dich ein. Ich will dir was zeigen. Ist das hier dein Auto oder was? Ja. Alter, du bist ja... Soll ich dir mal ein krasses Auto geben für heute? Was für eins? Keine Ahnung, eine G-Klasse oder so. Willst du mal mit einer G-Klasse rumfahren? Warum überlegst du? Hä? Ja, okay, dann fahr weiter mit deiner Bummi-Kiste rum. Ey, du hast auch einen platten Reifen. Jetzt mal einen Abgang. So, platten Reifen kriegst du auch noch für die Aktion. Hä, da will man einmal nett sein. Wird er so, will ich mit einer G-Klasse rumfahren? Hä, was war das? Das letzte Mal, dass ich ein Auto verschenkt habe bei jemandem. Hast du dich jetzt eingeloggt endlich? Nein, ich hab doch mein Passwort vergessen. Bro, ich sag dir jetzt dein Passwort. Bitte. Oh, ich bin wieder drin. Jawoll. Oh, danke fürs Passwort. Oh mein Gott. Guck mal, ich hab 5.641 Follower. Nur? Geh mal auf... Such mal nach Candy. Warte mal. Warte kurz, Neuer, warte kurz. Nein, du hast niemals mehr als ich. Geh auf, such nach Candy. Du hast weniger als ich Follower. 5.300. 5.600. Hab ich nicht. So. Du bist gar nicht auf meinem Profil drauf gewesen. Doch, Candy. So, und damit das auch so bleibt. Warte mal, ich poste jetzt ein neues Bild. Cooler als Candy poste ich. Max, du hast dich verlesen. Das weißt du, oder? So, Location. Hier Standort. Ich mach bei Candys Mutter Standort. Max. Hey Jungs. Was ist das denn? Du hast dich verlesen bei meinem Profil. Das sind nicht 5.300. Ich hab 53.000. Max, lese doch mal richtig. Digga, Quatsch nicht. Was ist er? Er wirkt 53.000. Ja, du hast dich verlesen. Wird cooler als Candy. Warum hast du so viele Follower? Ich sag mal so, Max. Ich kenn da jemanden, der jemanden kennt. Bro, du hast dir Follower gehackt. Ich hab Follower gekauft in GTA. Bro, check dir das, Leute. Candy kauft sich Follower in Instagram in GTA. Ey, Bro, was sagst du eigentlich zu meinem Standort, bei meinem neuen Bild? Dass ich bei Candys Mutter bin. Wollen wir jetzt mal los, wir wollen doch ins Bette Royale. Achso, ich darf das nicht verraten. Warte mal. Ey, Leute, wir machen jetzt hier mal ein Bild bei den Mülltonnen und dann schreiben wir bei Candy zu Hause dazu. So, machen wir ein Bild. Hab Candy zu Hause besucht. So, Max, wollen wir jetzt mal los? Ey, Candy, was sagst du zu meinen neuen Insta-Bildern? Oh, was postest du denn da schon wieder? Warte. Äh, I cry, Max. Hier, neuer Post. Candy ist zu Hause. Hab keine zu Hause. Wo bist du denn? Hör die Mülltonne, ey! Alter. Okay, jetzt reicht's. So, komm, jetzt lass dich steigen. Steig in mein Lambo ein. Was für dein Lambo? Du fährst jetzt mein Lambo. So. So, dafür kriegst du hier direkt ein. Ey, was soll das denn? Hast du gerade mein Lambo gerammt, oder was? Vielleicht was? Wann hast du sein Lambo, Junge? Was soll denn die Aktion hier? Ey, kein Foto machen. Ich bin neu, bitte. Für die Versicherung mach ich ein Foto. Ja, für den Versicherungsschein. So, was ist los für uns? Ich hab Kids, ich hab auch Auto-Kid. Ey, Jungs, ich geh jetzt eine Runde Battle Royale spielen. Neuen Modus. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Wisst ihr, wo das ist? So. Sag, komm, steig ein Candy. Was meinst du? Wenn du gewinnst, kriegst du einen. Schlüssel. Der Gewinner kriegt einen Schlüssel. Der Gewinner kriegt einen Schlüssel, komm. Also, Max, es gibt Battle Royale, Among Us, 1 in 1 und noch viel. Wer hast du denn? Ey, sorry. Eine Privatschule brauchen wir. Mein Führerschein ist schon ein paar Tage her. Bro, hast du überhaupt einen Führerschein? Nee. Hast du den nicht abgeholt? Nee, hab ich nicht gemacht. Hab ich nie gemacht. Hast du deinen Ausweis abgeholt? Nee, hab ich auch nicht. Bro, wenn du den abgeholt hast, ist hier links direkt. Bro, ich brauch das nicht. Wenn die Polizei kommt, dann probieren. Hier links, hier scharf links. Bro, die Polizei hat Angst vor mir. Die legen sich gar nicht mit mir an. Jetzt hier links, Regierungsgebäude. Bro, soll ich dir zeigen, dass die Polizei vor mir Angst hat? Komm, wir fahren bei der Polizei vorbei. Ich werde es dir zeigen. Ja, zeig mal, zeig mal. Die trauen sich gar nicht mit mir anzulegen. So, hier. Ah, nee, warte, wo ist denn hier das neue Polizei? Das ist doch hier vorne direkt. Warte mal, es gibt ja hier eine neue Polizei. So. Hier, genau hier links ist es. Ja, ja, ja. Machen wir gleich noch Battle Royale? Ja, wir machen gleich Battle Royale. So. Die Wappe weg, Mann. Das ist ein Polizeigebäude. Ja, ist egal. Da habe ich mit rein. Ah, du kannst mitkommen. Wir sagen, du gehörst zu unserer Gang. So, Polizeiklingel, wo sind die Bummis denn? Die haben geklingelt. Ja. Die fahren nur rum und halten irgendwelche Leute an. Also, ich werde jetzt, Candy, pass auf, ich werde jetzt eine Selbstanzeige machen, weil ich ohne Führerschein fahre und du wirst sehen, die werden nichts machen. Okay, okay. Ich bin gespannt. Ja, bei mir haben die mich zehnmal angehalten, deswegen. Was hast du eigentlich noch für Autos? Boah, ich habe sehr, sehr viele krasse Autos. Digger, wie viel hat der denn hier? Ich habe noch eine G-Klasse, einen McLaren. Ich habe einen Contender. Willst du mir den vielleicht abkaufen? Contender? Was soll ich denn mit einem Contender? Das ist ein Contender. Das sind diese Ladefahrzeuge da. Ja, nee, nee. Brauche ich nicht. Kann mir den nicht leisten. Verkauf lieber. Ich habe die krassen Autos. So, Max, wollen wir jetzt mal anfangen? Ja, komm, komm, komm. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Wir haben noch was zu tun heute. Ey, aber hast du gesehen? Wir haben der Royal doch gewinnt. Wir waren da Gang mit Louis Vitorta schon so. Wir machen da richtig krasses Zeug. Ey, Candy, wir müssen mal über unsere Finanzen sprechen. Ja. Ich weiß, dass du mein Bankkonto weißt. Ja. Und irgendwie habe ich gar kein Geld mehr. Ich habe nur noch 200.000. Das kann gar nicht sein. Du warst lang 200.000? Ja. Du warst lang nicht da. Und irgendjemand, vielleicht der Hacker von deinem Instagram-Account, hat sein Konto geplägt. Ich weiß nämlich, dass ich sehr viele Millionen hatte wegen den ganzen Fahrzeugmotoren. Ich habe jetzt eine Menge Millionen, aber keine Ahnung, wer das hat. Ich glaube, du bist der Hacker von mir. Nein, ich habe dein Geld nicht. Ey, mein neues Bild hat nur zwei Likes. Liked das jetzt alle, Leute. Liked das alle. Yo, Leute. Ich bin hier mit Alquimax und Lambo. Sag, was du schreiben. Warte mal, ich gucke mal bei dir in den Stream rein. Bist du drinnen? Ja, aber jetzt bin ich wieder raus. Ey, Leute. Ich schreibe in meinen eigenen Chat. Leute, ich bin hier live auf Insta. Du hast einen Likes und ein Abo da. Wo sollen wir denn jetzt hinfahren? Ja, Sandy. Sandy erstmal. Ja, mach hier mal. Also, Leute. Hier bei dem Alien-Camp könnt ihr Battle Royale spielen. So. Dass die Leute da sind. Äh, hier ist Funk. Funk-Check. Wir brauchen alle Einheiten in Battle Royale. Alquimax will verlieren. Over. So, zack. Natürlich erstmal Lambo abgeschlossen, damit der hier nicht geklaut wird. Müssen wir denn jetzt hier in Spielwiese beitreten, oder was? Jo, geh rein, jo. Okay, Leute. Es gibt jetzt hier nämlich die Spielwiesen-Funktion. Richtig cool. So. Boah. Du kannst einfach überall aus rein. Also, von der Handelszone boom, bist du hier. Junge, das ist voll krass hier. Sein Haus aus. Jo, moin. Was geht? Hier, was geht? Eins gegen eins haben wir hier. Boah. Sollen wir mal ein One-Wie-One machen, oder was? Komm. Machen wir mal hier so. Warte, ich stelle eben ein. Alter, ich glaube, da vorne warten auch schon welche bei... Ach nee, die spielen TTT. Okay. Wir machen hier ganz schnell drei Runden mit... Von Candy Berger. Ja, ich komme. Ich gehe rein. Annehmen. Einladung annehmen. Okay. Boah. Alter. Leute, wir sind jetzt auf so einer One-Wie-One-Map. Oh mein Gott. Was ist los, Junge? Boom. Easy win, Leute. Okay, Mann, hier auf Taktik. Machen Taktik. Ey, Leute, wieder hier rumballern. Ey, das macht aber unnormal Bock. Man kann hier One-Words machen. Zack. 2-0. Oh mein Gott. Mann, ey. 2-1. Oh mein Gott, ey. Krass, krass. Ey, das macht ja unnormal Bock, hä? Wie krass das einfach ist. Ey, ich komme. Ey, yo, Officers, was geht? Ey, was geht? Wie geht's denn? Das Battle Royale. Mir geht's gut. Wir spielen eine Runde Battle Royale. Kommt alle rein. Ey, ich wollte schon immer drinnen sagen. Battle Royale mache ich zu meiner Hauptaufgabe. Meine Mutter neff mit Hausaufgabe. Sie sagt, ich wäre süchtig. Ey, wer bist du? Wer bist du? Äh, ich bin Paul Berger. Kannst du das ausnehmen? Nein. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott. Oha, Leute. Okay, das ist krass. Man startet hier in der Luft. Hä? Ey, jemand schießt mich jetzt. Ey. Hä? Bro, es ist so frisch, Digga. Ich weiß noch. Hä, Bro? Wie geht das? Er hat untergeschossen, ja. Wer hat mich aus der Luft rausgeschossen? Es ging doch noch gar nicht los. Ich bin blau runtergeschossen. So schnell kann man doch gar nicht an Waffen rankommen. Okay, Leute. Es geht wieder eine neue Runde rein. Diesmal fliege ich hier. Ey, Bro, ich werde jetzt schon wieder abgeschossen. Oh mein Gott. Wie sind die so schnell an Waffen gekommen? Wie sind die so schnell an Waffen gekommen hier? Ich weiß noch gar nicht, wo hier überhaupt irgendeine Waffe liegt. Wer schießt mich denn jetzt schon ab? Digga, ich check diesen Modus nicht. Ich check den Modus hier nicht. Okay, irgendjemand schießt mich hier schon ab. Irgendjemand schießt mich hier schon ab, Leute. Oh. Oh, ich brauche irgendwie Waffen. Ich muss irgendwie an Waffen kommen. Okay, die Zone wird kleiner. Das Rote da ist die Zone. Okay, das ist echt cool gemacht, Freunde. Komm, rennen, rennen, rennen. Ich kann gar nicht so lange rennen. Ich kann gar nicht so lange rennen. Ich muss hier erstmal an Waffen kommen. Leute, ich will hier auch mal gewinnen jetzt. So, komm, 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 komm. Die Zone wurde verkleinert. Da unten sieht es aber aus, als würde es da Loot geben bei diesem Anwesen. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht, diese Kisten und so. Ich bin ja schon froh, dass ich den Anfang hier mal überlebt habe. Wie sehen diese Kisten aus? Ist das hier eine Kiste oder was? Nee, 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 nee. Leute, wie funktioniert das? Wie funktioniert hier der Battle Royale-Modus? Das ist das erste Mal, dass ich den Spiel. Die Zone wird immer kleiner. Ey, die knallen sich hier schon komplett alle ab. Oh mein Gott. Candy, lebst du noch? Nein, ich bin down. Ey, Bro, wo findet man denn hier Waffen? Ich lebe noch, aber ich finde nirgendwo Waffen. So ein bisschen seltener, sag ich mal. Aber da können krasse Sachen drin sein. Fallschirmsprünge, alles. Aber ist das eher bei so Gebäuden oder ist das komplett random? Ja, 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 nein, 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 Gebäude, Gebäude, schon mehr Gebäude. Okay, ich laufe gerade zu dem Turm, kannst du mir zugucken? Ich gehe auf so... Die sind extrem stark, die sind extrem stark, die Gegner. Ja, ich merke schon. Ich bin ja auf so einem Turm. Da könnte eine sein, aber nee, ist nix. Ah, verdammt, ey. Oh, Mann, du hast richtig Pech. Normalerweise findet man immer was. Gerade als Powellberger hat man doppelte Chance Kisten zu finden. Oha, okay. Okay, Freunde, komm, komm, komm. Welche Waffe hast du denn gerade? Au, ich bin die Treppe runtergefallen. Welche Pistole hast du? Bro, ich habe gar... Ach, man hat eine Pistole von Anfang an. Ja, ja. Ah, okay, ich wusste, dachte, man hat gar nichts. Okay, Leute, das ist schon mal gut zu wissen. Man hat eine Pistole von Anfang an. Wo sieht man, wie viele Leute noch leben? Kann man das irgendwo sehen? Leute, ich werde hier den Wind holen. Du sagst, wenn du irgendwo eine Kiste siehst. Also, Bro, wenn hier keine Kisten sind, bei den ganzen Gebäuden. Zone wird wieder kleiner. Ich habe auch keine Rüstung mehr, nur noch halbes Leben. Oh, 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 oh. Das sieht gar nicht gut aus. Wie rollt man sich hier mit Maus und Tastatur nochmal? Geht nicht rollen. Geht gar nicht, okay. Das nutzen alle aus, ohne rollen. Ohne rollen, okay. Warte, da links ist... Geh mal da links, wo die Schrift da durch die Wand guckt. Links. Ja, ja, ja. Geht da hin. Da könnte auch eine Kiste sein. Was ist das hier? Ey, Bro, wie viel Pech hast du? Kiste! Das ist eine Kiste! Okay, drück E, drück E. Oh mein Gott, AK47. Okay, das war's, was gewonnen. Oh, da oben ist einer. Stark! Stark! Du hast aber wenig Leben. Such noch eine Kiste, dann hast du wieder vielleicht volles Leben. Stark! Ich muss ihn treffen. Oh mein Gott. Das kann's werden. Geh näher ran, geh näher ran. Denkst du, das ist der Letzte? Geh in die Maus. Das könnte... Doch, doch, doch. Das könnte doch keiner der Letzte sein. Nein, nein, nein. Ist nicht der Letzte, ist nicht der Letzte. Geh näher ran. Also, wenn das der Letzte ist, wäre so krass. Was sagt man in dem Magazin? Wie viel Schuss habe ich? Keine Ahnung. Oder hat man Unlimited? Ne, das ist Unlimited bei Batterien. Ah, geil. Bro, das ist so spannend. Oh mein Gott, wo ist der, Leute? Der wird sich in irgendeinem Gewüsch verstecken. Max, GG, wenn du es nicht schaffst. GG's, wenn ich es nicht schaff? Ey, Leute, ich bin... Glaub mir, die sind stark. Jaja, klar. Bruder, wo ist der? Der ist so weggelaufen. Was sagt die Zone? Die Zone wird ja auch immer kleiner. Der hat Angst. Ich weiß doch nicht mal, wo er ist. Du hast eine AK. Lauf einfach, du hast eine AK. Bro, er wird mich so über den Haufen schießen. Ach, Quatsch. Der tilt in irgendeinem Busch und schießt mich gleich über den Haufen. Highground, Highground. Was haben wir gelernt in Fortnite? Du hast recht, ich muss auf den Berg hoch. Das könnte echt der letzte Gegner sein. Ich höre keinen mehr schießen und so. Ja, ja, das ist der letzte. Oh, wie krass versteckt er sich. Neue Zone in 30 Sekunden. Okay, Candy, ich pushe jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, Candy, ich habe ihn da vorne gerade gesehen. Gib ihm, gib ihm, du bist der Letzte. Leute, ich habe da... Irgendwas hat sich hier gerade bewegt auf dem Stil. Warte auf ihn, warte auf ihn, warte auf ihn. Max, pass auf, jetzt du übertreibst nicht. Da ist er. Nein. Boom! Und? Hast du es geschafft? Ja! 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 Let's go! GGs! GGs! Alter! So, Leute. Ich habe dich gesucht, Junge. Leute, also auf jeden Fall die neue Spielewiese. Richtig nice. Ihr könnt Battle Royale und vieles mehr zocken. So, Candy, ja? Habe ich auf jeden Fall gewonnen, ja? Sehr gut, sehr gut. Ich wusste, dass du gewinnen. Easy. Leute, wenn ihr auf Battle Royale oder 1v1 oder Among Us, also TTT spielen wollt, Leute, jetzt im neuen Spielwiesen-Update hier auf Paulberger RP. Coole Autos, coole Kleidung, coole Leute. Kommt auf jeden Fall auf den Server. Und da würde ich sagen, Leute, das war es gewesen. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crybix. Ich bin neuntergein. Ich bin neuntergein. Auch für viele Leute. Vuos für aquellos, die Mitarbeiter erhalten, Change Partner und sich ins Internet über öffnet. Und dann für Nix und Regisse. Und dann sicher mal bei einem Maihaus. Mit Schmerzen ===